Bereits seit Beginn der Planungen im Jahr 2012 arbeitet Roland Leitner auf dieses Event hin, die Landesgartenschau in Überlingen. Trotz Verschiebung ist in der Stadt am Bodensee bereits alles startklar. Also wir sind zu 99 Prozent fertig. Es gibt noch ein paar kleinere Baustellen, die im Moment noch laufen. Es wird sozusagen so, dass die Kirsche auf die Sahne oben drauf noch gemacht wird, und die letzten Sachen. Wir könnten aufmachen, wenn wir könnten, wenn wir dürften. Also wir wären bereit. Doch bereit oder nicht, die Auswirkungen der Corona-Pandemie machen nun aus einer geplanten Landesgartenschau für das Jahr 2020 eine für 2021. Angepeiltes Wunschdatum der 9. April. Aber warum nun doch die Verschiebung ins nächste Jahr? Wir haben die Verschiebungsvariante auf 2021 sehr genau gerechnet, auch mit dem Land besprochen. Hier reden wir über eine geschätzte Summe von 5,8 Millionen Euro. Wenn ich diese Summe nenne, dann wird die Dimension schon deutlich. Und für uns als Stadt Überlingen war immer klar, das können wir alleine nicht stemmen. Deswegen der enge Austausch mit dem Land Baden-Württemberg. Und wir sind der Landesregierung sehr dankbar, dass sie uns hier den Rücken gestärkt hat, dass wir eine tolle Lösung gefunden haben, wie wir gemeinsam diese finanzielle Belastung für unser Land tragen können. Mit viel Arbeit und Investitionen wurden zahlreiche Beete, Installationen, Spielplätze und mehr in den fünf Ausstellungsbereichen aufgebaut. Über einen rund sechs Kilometer langen Rundweg soll man so nicht nur das Füllhorn der Garten- und Landschaftsarchitektur kennenlernen, sondern auch die Stadt selbst. Doch müssen wir nun wirklich bis 2021 warten, um das alles zu erkunden? Das ist ein Punkt, der sehr gut nachvollziehbar ist. Wir haben hier steuerliche Zwänge. Wir dürfen ein Gelände nicht vorab öffnen, weil es eben im Landesgartenschaujahr eintrittspflichtig sein kann. Wir haben natürlich die Möglichkeit, bereits jetzt, was Pflanzungen angeht, das Jahresprogramm zurückzunehmen. Wir werden das Gelände selbstverständlich auf einem aktuellen Stand erhalten. Aber die verschiedenen Flore, die ja angedacht werden, werden natürlich dieses Jahr nicht zum Zuge kommen. Aber aufgrund der Tatsache, dass bis zum 31.8. sowieso keine größeren Veranstaltungen zulässig sind, glaube ich, ist es zu verschmerzen. Und ich habe aus der Bürgerschaft jetzt schon gehört, jetzt haben wir halt noch ein Jahr mehr Vorfreude auf unsere Landesgartenschau Überlingen. Und insofern werden wir das alle hinbekommen. Zumal, das darf man an dieser Stelle auch sagen, die bisherigen Geländeteile ja gar nicht bis auf den Villengarten öffentlich zugänglich waren. Also jetzt freuen wir uns halt noch ein Jahr länger auf alles Neue. Den Rückhalt und die Unterstützung für alles Neue in der Bevölkerung spürt auch das gesamte Team der Landesgartenschau in Überlingen. Der Rückhalt in der Bevölkerung, der zeigt sich eben auch ganz deutlich in der großen Zahl unserer Ehrenamtlichen, die unsere Besucher empfangen, die wirklich dann auch den Gästeempfang machen. Und das soll bei uns keine Maschine machen, sondern eine Person in der Stadt. Und es sind viele Leute, die eben auch aus dem Landkreis kommen. Es sind nicht nur Überlinger, die bei uns hier ehrenamtlich tätig sind, es sind Leute aus dem Landkreis. Und auch die direkte Zusammenarbeit mit dem Landkreis, mit dem Bodenseekreis, mit dem Landratsamt ist natürlich auch sehr wichtig. Der Landkreis wird ja eine tolle Ausstellung haben im Uferpark und Veranstaltungen machen, einen eigenen Pavillon haben, ein Landkreis-Pavillon. Und das zeigt diese Strahlkraft der Landesgartenschau Überlingen in die ganze Region. Und gerade deshalb glaubt der Geschäftsführer der Landesgartenschau weiterhin an eine Chance für Überlingen und die ganze Bodenseeregion. Also die Chance gibt es immer noch, die Chance ist noch da und wir werden diese Chance auch ergreifen. Es ist eine tolle Gartenschau mit tollen Flächen, die eben auch durch die Daueranlagen wirken, durch das, was bleibt, wie ich ja eben schon sagte. Und auch die Gartenschau werden wir zum Erfolg führen. Die Gartenschau ist schon für mich eine Herzensangelegenheit, das kann man einfach so sagen. Und auf diese wohl noch bessere Herzensangelegenheit, die erste Landesgartenschau am See, lohnt es sich zu warten. Insbesondere, wenn man dann mit solch einer Kulisse belohnt wird. Untertitelung des ZDF für funk, 2017